Seid gegrüßt, willkommen bei The Catch Carbon Course. Heute geht es wieder nach Malaysia an den Pearl Lake. Wir wollen ein paar Kapitale fangen. Ich habe mich wieder neu ausgerüstet. Wir starten unseren Angelausflug, aber zuvor, wartet mal, kann ich euch mal die Trophäe zeigen, welche ich bereits gelandet habe im Pearl Lake, den Urnstein. Den Arapaima mit 221,52 Kilo, der ging mir bereits an Haken und da kann ich euch sagen, das war wirklich ein langer Drill. Das war jetzt nicht so, wie man das eigentlich erwartet, dass er dreimal hin und her schwimmt. Nein, der war wirklich sehr hartnäckig und das war schon nicht ohne. Ich hoffe mal, dass es uns heute gelingt, noch einen weiteren Trophäenfisch zu fangen. Vielleicht geht sogar eine riesen Barbe an den Haken. Wir werden sehen, ich habe mir einen neuen Angelkoffer angelegt. Wir können mal eben reinschauen, wie die Ausrüstung aussieht. Und zwar als Ruten habe ich jetzt die Sonic Extractor Rolle, die Extractor 5000 Wheel, dann die 18,4 Kilo Schnur, die größte, die es überhaupt gibt, dann ein Zweier Haken, auch ein richtig großer bzw. der größte, der, ich sag mal momentan, zur Verfügung steht. Dann haben wir auch richtig große Boilies. Da habe ich jetzt drei verschiedene Sorten drauf. Und dann kann ich euch, nochmal ganz kurz wartet, was zeigen. Und zwar haben sie jetzt die Fischköder freigeschalten. Die waren zuvor nicht sichtbar. Ab einem bestimmten Level, ich kann es euch jetzt gar nicht so genau sagen, wann das kam, wurden die jetzt freigeschalten. Hier würde ich nochmal eine separate Folge machen, wo wir direkt hier mit den Ködern angeln werden. Heute geht es erstmal hier mit Beulie auf Arapaima, auf Wels, auf Riesenbarbe. Und das sind meine drei Zielfische. Okay. Das Problem hatte ich vorhin schon mal. Jetzt konnte ich nämlich die Ruden nicht nehmen. Wir müssen wirklich uns so hinstellen, dass ihr unten rechts seht ihr das Zeichen Angelrute ablegen. Das muss erscheinen. Dann können wir erst die Angelrute ablegen. Jetzt können wir auswerfen und die nächste Rute nehmen. So. Okay. Alle drei Ruden sind im Wasser. Das wird gar nicht so lange dauern, bis hier der erste Fisch beist. Wir können mal in der Zwischenzeit ganz kurz schauen. Trophäenfische, Arten, was es hier alles gibt. Den Arapaima, den hatten wir schon besprochen. Deadbaits, das sind halt diese Fische, diese toten Fische. Oder halt große herzhafte Beulies. Dann haben wir noch als Zielfisch. Genau. Der Mekong Riesenwels. Große herzhafte Beulies. Der Rotflossen Antennenwels. Und hier die Riesenbarbe da. Die jetzt auch schon ein paar gefangen. Das ist ja auch meine schwerste 47,77 Kilo. Das ist auch nicht ohne. Da gibt es dann im Moment was zu tun. So, aber jetzt müssen wir erstmal warten. Bis der erste Biss kommt. So. Da haben wir ihn schon. Auf Route 1. Der erste Biss. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir dran haben. Okay, wir können den Drill ruhig auf 30 machen. Ich habe mir da so eine Taktik angewöhnt. Drill zwischen 25 und 30 und dann halt Zeit lassen und kurbeln. Es bringt nichts, wenn man am Drill hin und her spult. Dann, ja, wir schlitzen dann irgendwann den Haken aus. Das ist einfach so. Lasst es einfach auf 30 stehen am besten. Wenn ihr natürlich große Ausrüstung habt. Und kurbelt und kurbelt und kurbelt. Irgendwann kommt der Fisch schon ran. So, wir sehen. 87 Meter. Wir sind im grünen Bereich. Angle weiter. Das tun wir auch. Und das sieht gut aus. Ihr seht, der Fisch ist sehr langsam unterwegs. Das ist ein gutes Zeichen. Für schnelle Fische würde ich euch jetzt eine andere Rolle empfehlen. Momentan habe ich die Rolle mit einer Übersetzung 4,4 drauf. Das heißt, wir bekommen hier viel Kraft auf die Route. Aber halt für schnelle Fische ist das ungeeignet. Dann braucht man eine Route mit einer hohen Übersetzung 5,5 und wäre dann optimaler. So, da seht ihr. Nummer 2. Da geht es ab. Da ist irgendwas Schnelles dran. Das wollen wir gar nicht haben. Nummer 3 geht ab. Gut. Gut. Der Fisch ist jetzt am anderen Ufer. Wir könnten jetzt doch mal den Drill etwas erhöhen. Natürlich jetzt immer die Anzeige im Auge behalten, dass man nicht oben in den überlasteten Bereich kommt. So, da habt ihr gesehen. Das ist nach oben geschossen. Ich habe es sofort zurück auf 30 gemacht. Wenn es sich jetzt im oberen Bereich einpendelt, dann höre ich einfach mal eine Zeit lang auf zu kurbeln. Okay. Jetzt bewegt er sich auf und zu. Ich war jetzt gerade schon am überlegen. Ich weiß ja nicht, wie interessiert ihr seid, ob ihr wirklich wissen wollt, wie lang so ein Drill hier funktioniert. Wie lang so ein Drill geht. Nicht funktioniert. Geht. Ob ich das lieber dann schneiden soll, dass wir hier nicht eine Viertelstunde bzw. das ganze Video über einen einzigen Fisch ran drillen. Das muss ich mal schauen. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, was euch da am liebsten gefallen würde. Ob wir wirklich hier einen Fisch nach dem anderen rausziehen, ich die Drillphasen rausschneide oder ob ihr wirklich sehen wollt, wie sich der Fisch hier verhält und wie wir den landen. So, 37 Meter. Der kommt auch wozu geschwommen. So, da haben wir gehört. Der erste Fisch ist ausgestiegen. Sieht nach einer Riesenbarbe aus. Wir sind gespannt. Okay, wir sehen nicht viel. Eine Riesenbarbe. 31 Kilo. Ihr seht, die war jetzt nicht mal besonders groß. Nummer 2 war ausgestiegen. Wir schauen mal ganz kurz, was Nummer 3 sein könnte. Wir müssen uns nur merken, Nummer 2 war ausgestiegen, müssen wir dann neu auswerfen. Da beißt jetzt kein Fisch mehr. So, Nummer 1 haben wir wirklich wieder ein schönes, langsames Fischlein dran. Aber jetzt holen wir den erstmal raus hier. Man weiß es nicht, es kann jetzt natürlich auch so ein kleineres Trophäenexemplar sein. Deshalb versuche ich natürlich hier alles rauszuholen, was wir im Haken haben. So, der kommt. Ah, kurz davor ist er abgedreht. Also wir landen den, sobald das Casher-Symbol aufleuchtet. Dann wird er automatisch rangeholt. So. 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 So, jetzt auf ein neues. Wir können das natürlich auch mit dem Anschlagen, beziehungsweise Rute nach hinten schlagen, noch etwas beeinflussen. Der Fisch reagiert drauf und er kommt nochmal ganz kurz in unsere Richtung gesprungen. So, jetzt aber, komm. Zieht er wieder ab. Ah, schade. Rute 1 ausgestiegen. Das ist aber auch ein harter Kampf hier. Ja, guckt mal euch den, die Hagenbelastung, jetzt aber, die Hagenbelastung an. Ach, da haben wir ihn. Schwarzer Paku mit 10 Kilo. Der hat unseren Hagen mehr belastet wie eine 30 Kilo Barbe. So, wir werfen neu aus. Nummer 1 hat man jetzt die größeren Fische dran. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön, das sieht gut aus, ihr seht auf dem selben Köder, wo wir gerade den Parku hatten, da hat nun was ganz anderes gebissen. Da knirscht die Route, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das heißt, da ist wirklich was Großes, Schweres dran. Ein Trophy scheint es jetzt leider nicht zu sein, dafür ist der Drill zu kurz. Ja gut, es kommt auf den Fisch drauf an, ich sag mal... Der sieht doch ganz ordentlich aus. Aber ich würde sagen, noch nicht wie ein Trophy. Der ist zwar ordentlich... Na komm... Immer kurz vor uns, dreht er ab. Aber das sind halt diese Exemplare. Wozu unsere Ausrüstung ausgelegt ist. Die langsamen, kampfstarken Fische. Aber ich bekomme einfach nicht herangezippt. Manchmal klappt es, aber der lässt sich jetzt gar nicht bewegen hier. Ohne Worte, jetzt, jetzt kommt er. Na, nicht abdrehen. Da haben wir ihn. Oh ja. Macht einen guten Eindruck. Es ist ein Bossfisch. Ein roter Parku. Der Grouch. Läuft, so soll es sein. Jetzt schauen wir mal. Hat Fisch Beulie gefangen. 20,64 Kilo wiegt er. Und 505 Tackle Points hat er uns gebracht. Okay, auf der 1. Wäre jetzt noch was dran, müssen wir schauen. Der ist ziemlich nah, da würde ich sofort mal die Kurbelgeschwindigkeit erhöhen. Dass wir hier Schnur rauf bekommen. Und wir hier noch ein paar Kuhn. Ne, das ist wieder was anderes. Den haben wir noch gar nicht gefangen. Ah, ich war jetzt leider auch noch nicht so lang, dass ich mir alle Fischnamen, Spezies hier merken kann. Paku, Riesenbarbe, Arapaima, sowas sieht man dann schon. Das kennt man. Aber freut mich auf jeden Fall, dass wir in der Aufnahme mal einen Bossfisch gefangen hatten. Wirklich sehr schönes Gewässer hier. Also ich kann es euch nur empfehlen, um erstmal einen guten Einstieg zu bekommen. Das heißt Tackle Points zu sammeln. Und dann kann man ja später auch mal noch die kleineren Fische beangeln, wenn man die passende Ausrüstung und Köder alles dafür hat. So, da haben wir ihn auch. Antennenwels. So, ein Rotflossen Antennenwels. 15 Kilo hat der, der kleine Borsche. Schönes Tierchen. Haken rutscht, kurbelt schneller, Kollege, jetzt. Ja, da knirschelt es wieder. Da hört er wieder, wie die Rute knirscht. Oh, das ging aber schnell. Gebissen und sofort wieder ausgestiegen. Das scheint nochmal hier ein guter zu sein. Die Rute knirscht, die an dem Schnur lässt sich nicht so leicht einholen. Was hat mir vor, eine 30 Kilo Riesenbarbe. Und die hat eigentlich dasselbe gemacht. Die war hinausgeschwommen. Ganz sachte rechts, links. Und nach, sagen wir mal, so drei, vier Minuten kam sie dann auf und zu geschwommen. Ja, Tageszeit, Uhrzeit hatte ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe das einfach so gelassen, wie es ist, wenn man ans Gewässer geht. Das heißt, früh am Morgen und leicht bewölkt. Ich habe mich noch gar nicht so gelassen. Entfernen Sie. Ich habe das einfach das Gefühl, wenn ich mich noch gar nicht so gelassen kann. gut ich würde mal sagen wir werden jetzt mal hier etwas den drill erhöhen auf 35 hoch dass man doch etwas mehr druck ausüben momentan kommt er jetzt langsam näher jetzt geht er wieder in roten bereich jetzt zieht er jetzt müssen wir aufpassen das wäre natürlich sehr ärgerlich wenn man so einen guten fisch verliert weil man einfach weil man es einfach nicht abwarten kann und hier am drill rum spielt so wie ich das gerade mache ich hatte euch ja zum anfang eigentlich gesagt zum beispiel einfach auf 30 lassen und die zeit wird es zeigen aber ich kann es nicht lassen gehört ja auch zum anfang dazu dass man halt das risiko eingeht man will ja der fisch auch nicht verlieren so 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 sieht gut aus er kommt wieder auf uns zu immer gespannt ob es wieder das verhalten deutet ja auf eine riesenbarbe hin ob es wieder eine riesenbarbe ist haken ist belastet aber ist halt noch nicht an der schmerzgrenze wo er schaden nimmt wo das sieht gut aus Aber was ist es? Sieht aus wie ein Karpfen Eine Riesenbarbe 53 Kilo Ah, leider kein Trophy 53 Kilo Nicht schlecht, Tackle Points 1296 So, das interessiert mich jetzt doch mal Jetzt gucken wir mal eben in der Statistik Riesenbarbe Ab 57 wäre es ein Trophäenfisch Da waren wir nah ran, mit unseren 53 Kilo Nicht schlecht Und das soll es dann erstmal für heute gewesen sein Wir haben es erreicht, dass wir es mal holten Große Fische fangen Und noch eine Trophäe dazu So muss es laufen, so macht es Angeln Spaß Ich hoffe, euch hat es gefallen Und macht es gut Bis später Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal